Hi, ich grüße euch zu einem neuen Trading Signal powered by Trading Central. Ihr könnt euch kostenfrei für den Newsletter anmelden, das könnt ihr unten in der Beschreibung. Findet ihr den Link zu dem Newsletter, den ihr dann regelmäßig bekommt, wenn neue Signale von Trading Central zugeschickt werden. In diesem Video versuche ich das Signal nochmal zu erklären, zu verdeutlichen, aber auch meine eigene Meinung mit reinzubringen und dieses Signal eigentlich zu bewerten. Heute befassen wir uns mal mit der Beiersdorf AG und da dementsprechend auch mit einem Faktoroptionsschein Long, Faktor 4 von Unicredit. Hier sehen wir die Isen, die können wir kopieren und gleich dann auch in der Plattform und mit der Suchfunktion praktisch diesen jeweiligen Faktoroptionsschein auswählen. Schauen wir uns jetzt erstmal dieses Signal an. Es heißt Long, also tendenziell, dass die Beiersdorf in den nächsten Tagen, Wochen durchaus weiter steigt. Wir haben den Bereich 118 nach oben hin durchbrochen. Damit wurden neue Kaufsignale aktiviert mit Kurszielen im Bereich 127, 136, ferner folgende sogar 141 Euro. Sollte allerdings der Kurs unterhalb der 118 wieder fallen, dann wäre dieses Kaufsignal ungültig und wir würden neue Abwärtsbewegungen mit Kurszielen in Richtung 114 oder gar 109 durchaus aktivieren können. Der RSI, dem fehlt Abwärtsdynamik. Das heißt, man will damit sagen, der RSI hat hier durchaus eine Aufwärtsdynamik gezeigt, die durchaus nochmal dieses Signal oder diese Trendrichtung bestätigt. Und das schauen wir uns. Hier ist noch ein kleiner Kommentar dazu. Wir schauen uns das jetzt aber mal gemeinsam im Chart an. Und da habe ich jetzt mal die Beiersdorf AG auf Tagesbasis hier im Chart in der IG-Plattform mal geöffnet. Wir sehen, heute hat die Aktie schon 1,36 Prozentpunkte hinzugewonnen. Was sehen wir hier sehr schön? Wir befinden uns in so einem aufsteigenden Dreieck. Die Hochpunkte im Mai, im September und jetzt laufen wir nochmal diesen Widerstandsbereich aktuell an. Wenn dieser nachhaltig durchbrochen wird, dann können wir durchaus die nächsten Kursziele an der Oberseite, die wir gerade schon angesprochen hatten, 135 und 141 aktivieren. Für mich, ich brauche hier noch einen nachhaltigen Ausbruch über 127,43. Gegebenenfalls noch so eine Pullback-Bewegung kann ich hier mal so einzeichnen, ehe ich hier dann tatsächlich das Signal als aktiviert sehe. Also hier soll nochmal so ein Ausbruch an der 127 halten. Und dann würde sich meines Erachtens die Reise durchaus dann fortsetzen. Das wäre dann auch die sogenannte Trendbestätigung. Wir sehen, der RSI, den nutze ich ein bisschen anders auf 34 Perioden. Und zum einen, zum anderen aber auch, habe ich hier eine Grenzschwelle bei 48,5. Liegen wir tendenziell über 48,5. Das ist durchaus eine positive Tendenz. Bestätigt dann dementsprechend auch aktuell die positive Tendenz in der Aktie. Liegen wir drunter, sind wir eher negativ gestimmt. Natürlich kann ich nicht nur auf Basis des RSI hier Entscheidungen treffen. Das ist wohl klar. Aber es gibt mir durchaus nochmal weitere sachdienliche Hinweise. Und wir sehen, der RSI liegt hier nachhaltig über 48,5 und bestätigt eigentlich diese Aufwärtstendenz. Das heißt, nachhaltiger Ausbruch über 127 würde dann auch für mich die Bestätigung bedeuten, dass sie die Bayersdorf-Aktie durchaus weiteres Momentum an der Oberseite zeigen könnte. Jetzt haben wir noch etwas, was ich mitgebracht habe, ferner von dem Signal von Trading Central zu der Bayersdorf, sondern auch mal die Saisonalität sich anzuschauen. Nämlich sehen wir hier ein Muster saisonal über die letzten 25 Jahre, welches ja diese aktuelle Ausgangssituation bestätigt oder vielleicht sogar entkräftigt. Und wir sehen sehr schön, vom 22. November bis zum 10. Dezember in den letzten 25 Jahren sehen wir hier ein tendenziell positives Muster in der Aktie. Wir sehen eine Trefferquote von 66,67%. Wir sehen auch sehr wichtig, wenn man sich mal saisonale Daten anguckt oder Statistiken anschaut. Der durchschnittliche Gewinn in den Phasen, in denen es gut ging, liegt bei 3,25. Die durchschnittlichen Verluste bei 2,94%. Das heißt, die durchschnittlichen Gewinne sind größer als die durchschnittlichen Verluste. Das ist schon mal gut, denn nur eine positive Tendenz oder eine Wahrscheinlichkeit bringt mir nicht viel, wenn wir nicht noch weitere Kennzahlen hier hinzufügen. Der größte Gewinn lag bei 9,37%. Der größte Verlust bei 8,45% minus 8,45% ist auch nochmal eine Bestätigung, dass diese Tendenz durchaus auch positiv ist, stärker ist, denn der größte Gewinn ist größer als der größte Verlust. Durchschnittliche Rendite in diesem Zeitraum 1,15% mit einer Standardabweichung von 4,19%. Also aus der saisonalen Sicht sehen wir hier durchaus eine Bestätigung, auch gepaart mit der Charttechnik. Ihr könnt bei IG in der Plattform einfach mal die E-SIN, wenn ihr die Suchfunktion anklickt, könnt ihr sowohl den Basiswert suchen, ihr könnt auch direkt die E-SIN einfügen, um dann auf das jeweilige Produkt, auf den jeweiligen hier jetzt Faktoroptionsschein zu gelangen, Hebelfaktor 4, Beiersdorf AG. Und wir sehen nochmal abschließend charttechnisch, dass wir hier durchaus auch nochmal weiteres Potenzial haben. Also ich könnte mir kurz gesagt vorstellen, ein Ausbruch hier jetzt würde durchaus diesen Trend fortsetzen können. Nächste ganz kurzfristiges Ziel ist die 128,80. Die müssen wir mitnehmen, um dann hier den Weg freizumachen zu 136. Ähnlich wie Trading Central, wenn wir nicht bei die 118, sondern bei mir sogar, wenn wir die 122 Euro an der Unterseite preisgeben, hier befindet sich ein monatlicher Pivotpunkt, dann ist dieses Signal vorerst ungültig. Genau, und in diesem Sinne, man kann zum Beispiel jetzt sagen, ich suche mir Limit Orders raus, oberhalb der 127, um dann erst mit einer nachhaltigen Bestätigung oberhalb dieses Widerstandsbereichs in den Markt einzugehen. Man kann natürlich auch warten und sich einen Alarm einstellen und dann gegebenenfalls mit einer Market Order rein. Wie gesagt, für mich noch ein bisschen zu früh. Hier nochmal im Fokus haben, dass dieser Widerstandsbereich durchbrochen wird. Ich werde im Börsenbrief, aber auch auf Twitter oder gegebenenfalls hier mal in einem kurzen IG-Kompakt diese Ideen noch weiter verfolgen und euch dazu auch nochmal weitere Infos geben. Nutzt die Kommentarfunktion, was hält ihr von dieser Idee? Habt ihr noch eigene Wünsche, Äußerungen, die ich gerne vielleicht hier mit einbauen kann in dieses Format Trading Signale Powered by Trading Central? In diesem Sinne bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund und erfolgreich. Bis dann. Ciao. Ciao.